Hallo Leute, vor allem am Weekend. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Fahrrad, diese Leihfahrräder. Wir haben eines gefunden, jetzt suchen wir noch ein zweites. Wir sind schon fast an unser Ziel gelaufen. Ich will schon mal das Fahrrad finden sozusagen. Wir wollen nicht eigentlich zum Flohmarkt gehen. Und wir sind gar nicht mehr so weit von dem Flohmarkt. Also nicht das zweite Fahrrad. Oh, und eben, mein Freund ist gefahren, ich war hinten drauf. Oh mein Gott, ich habe so Schmerzen. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Aber du bist gut gefahren. Schön langsam so, ruhig. Das ist einfach mal blau, perfekt blau. Das ist nichts. Heute ist der perfekte Sommertag. Okay, Leute gucken. Tschüss. So, wir haben ein Fahrrad gefunden, wir sind aber jetzt im Kaufland. Und holen nochmal was zu trinken. Wir haben so Durst. Das will keiner mehr nach dem... Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Aber wie lange noch 20 Minuten oder so, dann offiziell machen die zu, aber es sind halt noch welche da. Wir suchen nach Büchern. Die sind wahrscheinlich als erstes gegangen. Das ist jetzt so eine Bar. Auch wenn wir nichts trinken, aber ich finde es schön. Oh Gott, jetzt läuft die Brü. Blummarkt ist vorbei. Wir haben nichts gefunden. Hier ist der Osthafen, wie man lesen kann. Und da hinten wird es schöner eigentlich. Und guck mal, da ist der neue Henninger Turm. So sieht der aus. Die haben jetzt so gehalten wie den alten von der Form. Nur ein bisschen moderner halt. Natürlich. Und da ist auch, glaube ich... Was ist denn da drin? Ich glaube, da oben ist ein Restaurant, meine ich. Ich weiß nicht, ob das schon geöffnet hat. Das wollte ich mal abchecken bei Gelegenheit irgendwann. Aber das Wasser glitzert wieder so schön. Du hast noch einen Schatten chillen. Das ist so, 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 so heiß. Meine Güte, ich kriege echt einen Hitzeschlag heute. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, das ist eine Katze oder so. Hier stehen einfach so Holzabstücke. Auch da. Die sind immer hier. Die sind immer hier. Das ist ein Gartenbasic. Ich nehme mir ein paar Champions-Mattomereien. Du weißt, immer die, die zu sind. Das ist der Tipp. Man darf hier... Man darf diese Lamellen nicht sehen. Dann sind die hier am frischsten, wenn die noch zu sind. So wie da. Ja, genau. Die? Nein. Naja, kann man auch, wenn man... Zum Beispiel, wenn man die füllen will. Das ist mir egal. Aber wenn man die noch ein bisschen behalten will. Das reicht schon, ja. Übrigens gibt es beim Basic, hier bei der Aufzucht von Zweitnutzungshühnern, garantiert wird. Die werden nicht zerschreddert. Nur zur Information. Ich hole dir keine Eier. Das war voll den Sonnenbrand kassiert. Seht ihr? Oh mein Gott. Also es geht noch, aber es ist schon Sonnenbrand. Ich muss da gleich noch was drauf machen, was kühlen. Das ist scheiße. Aber das ging halt auch gar nicht, ne. Klar beim Dings... Beim Fahrradfahren, oh mein Gott. Sonst so ein Gesicht. Da habe ich Sonnencreme drauf. Ich habe bis hier Sonnencreme drauf. Obwohl, nee, ich habe die Schultern nämlich eigentlich auch. Aber gut, nach so langer Zeit jetzt. Wir sind ja lang gefahren. Ich wollte noch einen kleinen Basic Haul machen. Also einfach nur Sachen, die Sachen zeigen, die wir geholt haben. Und zwar einmal von... Oh, ich sehe gerade... Das habe ich zum ersten Mal jetzt von der Marke von Allos. Die haben ja eigentlich diese Brotaufstriche und sowas. Ich wusste gar nicht, dass die auch Drinks machen. Das ist Reiskokos. Ich habe nämlich das deswegen ausgesucht. Ich mag gerne momentan Reiskokos, weil das so leicht ist für mein Müsli. Ich finde, das ist so eine gute... Also passt gut in den Sommer. Deswegen habe ich das jetzt ausgeräumt. Ich weiß noch nicht, wie man Reisdrink selber macht. Das muss ich auch mal rausfinden. Sollte eigentlich auch machbar sein. Oder ich meine, natürlich. Die haben es ja auch gemacht. Ich habe schon mal erzählt, dass diese Ceylon Zimt, das ist der bessere Zimt. Es gibt ja auch diesen Kass hier, glaube ich, heißt das. Der ist nicht so... Also der ist ein bisschen minderwertiger. Das ist der hochwertigere. Und der auch gesünder ist, meine ich. Der andere kann auch Kopfschmerzen verursachen und anderes. Aber ich glaube, ich habe euch schon mal darüber erzählt. Auch einen Link dazu, zu mehr Informationen. Aber könnt ihr gerne mal selbst recherchieren. Aber ja, Zimt gemahlen. Und dann Paprika, edelsüß gemahlen. Basic, weil ich das nicht mehr hatte. Dann habe ich zum ersten Mal das hier mitgenommen. Das fand ich sehr interessant aus. Und zwar Gemüse-Tofu. Man sieht auch richtig, da sind so alle möglichen Stückchen drin. Und zwar Karotten und Lauch. Und dann nochmal Kräuter, Gewürze, Zitronensaft. Das war's und Salz. Sieht sehr, 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 sehr lecker aus, finde ich. Das wollte ich nämlich unbedingt haben. Diesen Tofu mag ich sehr gerne. Von Taifun, der Tofu Basilico. Das passt ganz gut zu Tomaten. Das ist ganz lecker. Und dann einfach mit Balsamico und Olivenöl zum Beispiel. Sehr lecker. Auch so aufs Brot, als Sandwich. Alter Liebling von mir. Fähnchen-Anise-Kümmel-Tee gekauft. Das habe ich damals immer getrunken. Jeden Morgen. Schon so lange nicht mehr. Bestimmt schon. Also ich habe das immer. Das ist sehr regelmäßig. Also wirklich jeden Morgen. Und jetzt wirklich bestimmt schon ein Jahr oder länger nicht mehr. Gegen Bauchweh. Wenn man ja so einen Blähbauch hat, dann hilft das ganz gut. Noch um das Thema von letzter Woche aufzugreifen mit dem Plastik. Nochmal zur Verständlichkeit. Ich habe es da schon gesagt. Wie gesagt, ich bin hier nicht die Heilige. Und ich bin nicht der Weltenretter und mache alles perfekt. Nur weil ich jetzt mich seit längerer Zeit pflanzlich ernähre. Das ist es nicht. Ich wollte jetzt darauf einfach nur noch mal Bewusstsein schaffen. zu dem Thema, weil das einfach uns alle betrifft. Und wenn man doch ein bisschen was tun kann, das meine ich nur, dann sollte man das doch tun. Das ist alles, was ich eigentlich damit sagen wollte. Also ich bin hier nicht die, die alles richtig macht. Ganz und gar nicht. Ich versuche Dinge einfach. Ich bin auch nur ein Mensch. Das klingt immer so blöd. Und wir alle sind unperfekt. Aber ich versuche da ein bisschen was einfach, wenn es möglich ist. Und das waren ja nur Kleinigkeiten, die ich euch genannt habe. Und das gehört zum Beispiel dazu. Das haben ja auch ganz viele geschrieben da unter das Video, dass man das kaufen kann. Und zwar sind das solche Obst- und Gemüsenetze aus Baumwolle. Und die sind halt praktisch und wiederverwendbar. Das heißt, das sind eure Beutel, mit denen ihr einkaufen könnt. Ihr braucht nicht mehr diese Tüten zum Beispiel nehmen, wenn man loses Gemüse einpackt. Weil zum Beispiel mit großem Gemüse ist kein Problem. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Pilze, also so kleine Teile hat, dann ist es ein bisschen schwierig, die irgendwie zu nehmen. Und dann ist mir auch schon aufgefallen, dass ich dann doch eine Tüte wieder nehme. Oder ich nehme diese verpackten. Und die sind ja auch richtig krass verpackt. Mit diesen Deckeln und unten nochmal. Deswegen einfach so ein Netz nehmen. Nochmal so als kleiner Tipp, wenn ihr zum Wochenmarkt oder so geht und dort einkauft, könnt ihr eure Tupperbox auch mitnehmen. Wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, an der Kühltheke irgendwas holt, dann könnt ihr das gleich da mit reinmachen und nicht nochmal extra verpacken. Das habe ich nämlich auch schon mal in so einem Bericht gesehen. Das ist eigentlich ganz cool. Betrifft mich jetzt nicht, weil ich eigentlich nichts von den Theken da kaufe. Aber ja, ein kleiner Tipp für euch vielleicht. Mehrere sind da drin, aber das hier sind da unten. Ja, uh, geil. Langweiliges Bratöl und dann rote Beete. Ich liebe rote Beete, die waren gerade im Sonnenangebot. Deswegen habe ich die jetzt mitgenommen. Und das war's. Jetzt mache ich einen guten, großen Salat. So ein Hunger. Bis gleich. Das sind jetzt unsere Salate. Hier. Da ist der Tofu mit dem Basilikum. Tomate, Gurke. Pinienkern, also so ein Kernemix. Habe ich noch angeröstet. Und was ist da noch? Ja, Salat. Champignons habe ich gebraten. Und dann sind hier nochmal so Bohnen. Jupp. Und damit ist auch mein Portugal-Tipp daneben. Bisschen heiß hier drin, ne? Oh. Hello. Kurzes Outfit of the Day. Mit der Wäsche hinten. So sieht's aus. Und zwar trage ich ein Kleid. Ein Hauch von nichts. Es ist wirklich, es ist so dünn. Seht ihr? Es ist einfach das super angenehmste ever, wenn es so heiß ist wie heute. Und heute ist es sehr, 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 sehr heiß. Und ja, es ist trotzdem luftig, weil es ein bisschen, ähm, ein bisschen lockerer ist. Aber es ist schon enger. Also ich wünschte sogar, es wird noch lockerer. Äh, ja. Und dann hat es hier so zwei Schlitze. Es ist schon ein super altes Kleid. Aber ich trage das immer wieder gerne. Das ist so ein Teil, was auch sehr klassisch ist, finde ich. Und was nie, einfach nie so aus der Mode geht quasi. Oder auch nie. Also es ist ein schönes Basic-Kleid, würde ich sagen. Was man gut tragen kann für immer. Es muss nur noch halten. Und es hält sehr gut. Diese Sandalen, die sind auch von H&M zufälligerweise. Die habe ich noch, also dieses Jahr geholt vor einem Monat oder so. Vor zwei Monaten. Genau. Und die sind sehr bequem, obwohl die so flach sind. Weil die innen halt dieses kleine Fußbett haben. Und das macht es schon aus, sage ich euch. Es ist wirklich sehr, sehr bequem gerade. Dann trage ich eine Uhr von Swatch. Fokussiert nicht, aber gut, so sieht die aus. Ich mag die gerne. So nude. Und dann meine kleinen Kettchen. Und heute mal rote Lippen nach Ewigkeiten mal wieder. Habe ich schon lange nicht mehr getragen. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass der ausbluten wird. Aber ist gar nicht passiert. Ich dachte, vorher Hitze oder sowas. Nee, gar nicht passiert. Der ist von Urban Decay. Und die Farbe schreibe ich euch hier hin. Weiß ich jetzt nicht. Rabenbrot. Ich habe hier sowas drauf geschmiert. Kennt ihr, habe ich euch schon mal gezeigt. Die mag ich sehr gerne. Diese Streichcreme, Paprika Chili. Die habe ich auch mal selbst nachgemacht. Ist ganz gut gelungen, würde ich sagen. Ist okay. Es war nicht ganz identisch, aber es war okay. Ja. Das war's. Ich könnte es eigentlich nochmal machen. Nochmal versuchen, das nochmal besser hinzukriegen. Und dann mache ich mir einfach so Gurkenscheiben drauf. Ich weiß nicht, bei der Hitze. Da kann man irgendwie... Also ich habe da jetzt nicht so Appetit. Schon so auf so Kleinigkeiten immer mal was zu snacken. Aber so ein richtiges Gericht. Das sind noch die verbrannten Reste vom vorigen Brot. Habe zwei Stück gegessen. Und dann mache ich noch ein bisschen Salt drauf. Und Pfeffer noch. Das ist mein liebstes Salz. Das Himalaya-Salz. Jetzt gibt es gleich ein Rennen. Mein Freund und ich, wir haben uns solche Carrera-Autos gekauft. Und ich mache jetzt gerade noch die Batterie da rein. Hier habe ich schon reingemacht in den Joystick. Oder in die Fernbedienung. Und dann schauen wir mal, wer schneller ist. Obwohl, ich kann sowas nicht so gut steuern. Obwohl, ach, ich muss mal sehen. Jetzt kommt hier das noch rein. Aufschrauben. Und dann geht es gleich los. Gegenüber. Tada. Peaches. Du kannst so zugucken. Jetzt sind die noch gleich. Vielleicht ist es halt blöd. Wir werden die dann noch aufpimpen mit Stickern und so. Damit wir ja auch unterscheiden können. Weil wir wollen ja racen. Ah, die haben coole Räder auf jeden Fall. Sowas haben wir nämlich gesucht, dass die so weich sind. Damit die auch über Hindernisse oder so. Weil wir haben ja diese Löcher. Also diese Spalten. Und, ähm. Genau. Und das ist hier so ein bisschen uneben auch. Damit es dann da rüberfahren kann. Achso, ich muss hier auch noch offen machen. Ja, bitte. Ja, gut im Morgen. Ja, sorry. Uh. Aha, ja, okay. Doch, kann man gut steuern eigentlich. Oh, wie schnell das kann, ne? Guck mal. Oh nein, jetzt hast du noch zwei Stück. Oh Gott. Aber Angst hat er auch nicht richtig, gell? Weg gehst du auch nicht. Oh mein Gott, doch. Ey. Also ich bin die Blöde die ganze Zeit nur im Kreis fährt, ja. Ich finde es trotzdem schwer. Ich finde es voll schwer, das zu steuern. Weil hier, das ist mal vor, zurück, okay. Und das rechts ist dann Richtung. Ich finde es verwirrend. Vorbei. Akku hält nur 20 Minuten. Bei meinem Freund geht es nicht so, weil er meint es nicht mehr. Aber es macht Spaß. Cool. Der Akku leer, mein Akku auch leer. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Und wir sehen uns dann gerne im nächsten Video wieder oder im nächsten Falle mal Weekend. Bis dann. Tschüss, Falle mal Weekend.